Kennen Sie das auch? Ihr Leben verliert irgendwie so seinen Drive. Sie geraten immer wieder in die gleichen Situationen, ziehen immer wieder die gleichen Lebensumstände an. Wie Murmeltier-Tag oder wie ein Kratzer auf einer Schallplatte wiederholen sich bestimmte Ereignisse immer wieder aufs Neue. Wie würde es sich anfühlen, wenn Ihr Leben frei wäre von diesen Glaubenssätzen, die so etwas auslösen? Wenn Sie sich mental reinigen könnten von diesen Toxinen, die in Gedankenform durch Ihr System kreisen, die im Außen immer wieder Situationen anziehen, die dieser körperlichen Chemie entsprechen. Mein Name ist Dr. Ingfried Hobert, ich bin Facharzt für Ganzheitsmedizin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, seit etwa 30 Jahren durch die Welt zu reisen und Schamanen, Medizimännern und naturheilkundlich orientierten Menschen über die Schulter zu schauen. Dabei habe ich viele spannende Erfahrungen gesammelt. Eine davon auf der Insel Kawai, einer hawaiianischen Insel, die ich sehr schätzen gelernt habe. Und dort habe ich Samuel Kawai kennengelernt, einen alten hawaiianischen Schamanen, der mich in das alte Heilritual des Ho'oponopono eingeführt hat. Eine spannende systemische Technik, die es uns heute ermöglichen kann, die Dinge mit uns und unserer Umwelt wieder ins rechte Lot zu rücken und uns von mentalen Toxinen zu reinigen, die immer wieder die gleichen Lebensumstände anziehen. Ich habe diese Methode im Laufe der letzten 25 Jahre in meiner Praxis für Ganzheitsmedizin am Stein oder Meer weiter optimiert und habe viele Erfahrungen gesammelt mit meinen Patienten, die ich auf die Reise geschickt habe und denen es gelungen ist, ihr Leben so zu transformieren, dass sie wieder mit Freude, mit Leichtigkeit, frei und beschwingt ihren Alltag gestalten können und die beste Version von sich Stück für Stück zur Entfaltung bringen. Viele biologische Potenziale sind uns angelegt und warten darauf, gelebt zu werden und wir können solche inneren Booster heute mehr als denn je brauchen, um in die Entwicklung zu kommen, um endlich die Dinge anzupacken, die uns jetzt wirklich wichtig sind. Und so gibt uns gerade die heutige Zeit die Gelegenheit des Rückzugs, um hier wieder in Verbindung zu kommen mit Schichten in uns, die viel tiefgreifendere Auswirkungen haben, wenn wir sie öffnen können und sie in unseren Alltag hineinführen können. Ho'oponopono, eine Technik, ein altes Ritual, das uns dabei in ganz besonderer Form helfen kann. In diesem zweistündigen Kurs geht es darum, wieder zu einer neuen Leichtigkeit zu finden und Leben mit frischer Kraft anzupacken und auch mutig ganz neue Themen anzugehen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zwei Stunden verbringen zu können und wenn Sie dieser Workshop interessiert, dann klicken Sie jetzt hier unten auf den entsprechenden Button.